Nein! Schlagerstar! Schlagerstar! Opfer Ihrer Nase! Wie denkt denn der große Privatdetektiv Balladeur über diesen Fall? Keine Ahnung. Ein Fall wie die anderen auch. Hm. Wollen Sie immer noch, dass ich aufhöre? Naja, das schert mich nichts. Aber es springt ja meist etwas dabei heraus, wenn Sie sich auf Ihre Nase verlassen. Danke, Big News. Ich kaufe mir jetzt ein Frühstück. Wollen Sie eine Tassegaffee mit trinken? Ich kann es mir nicht leisten, mit dir zusammengesehen zu werden. Bis bald, Big News. Nashorn greift Schnellzug an! Entgleist! Und wieder hebt die Nacht ihren schwarzen Mantel über Grünschnäbel, eiskalte Engel und zerstörte Existenzen. Und unseren Helden Balladeur, der nicht weiß, weshalb er in den Schlamassel geraten ist. Er hat nichts gewonnen, aber wenigstens seine Nase gerettet. Allmählich beginnt der Morgen zu dämmern. Nasen der Nacht.